Einen Finger kann man brechen. Fünf Finger sind eine Faust. Doch du links ist weit bereit, doch du links ist weit bereit, und ein Platz gelassen ist. Bleib ich ein, in die Arme weiter ein, 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 ein. Ich möchte mal ein bisschen persönlicher anfangen. Ich komme ja, wie vielleicht die meisten wissen, aus der Gegend von Osnabrück ursprünglich und bin ja seit 1995 hier in der Gegend. Und ich wollte mal ein bisschen dazu erzählen, wie Widerstand aufgearbeitet worden ist in der Alpenberg. Und warum und welche Funktionen das hatte. Also ich bin auf so einer Dorfschule zur Schule gegangen und als wir das erste Mal was vom Widerstand hörten, gab es eigentlich nur eins, das war Stauffenberg. Der Name, der wurde bei jeder Veranstaltung, bei jedes Mal, wenn dieses Thema aufkommt, kam Stauffenberg. Und das Attentat, was anderes, wusste man über Widerstand eigentlich nicht. Und deswegen, Genossinnen und Genossen, ist es ja unsere Aufgabe, die Erinnerung wach zu halten, dass der Hauptwiderstand von dem so ganz anders kam. Der Hauptwiderstand kam aus der Arbeiterbewegung. Und einen Namen wie Ernst Thälmann hat man natürlich wieder fest das Walwasser gemieden. Warum? Weil das Lebensweg von Ernst Thälmann uns eine ganze Reihe Lehren nahelegt, die auch immer aktuell geblieben sind. Die erste Lehre ist, dass die Sozialdemokratie durch die Zustimmung zu den Kriegskrediten den Weg in den Ersten Weltkrieg ermöglicht hat. Mit ermöglicht hat, der wäre vielleicht auch sonst gegangen worden. Aber sie hat ihn mit ermöglicht und dadurch die Spaltung der Arbeiterbewegung herbeigeführt. Und sie von ihren revolutionären Grundlagen entfernt. Die zweite Lehre, der raufziehende Faschismus, ist vor allem gescheitert, der Widerstand daran ist vor allem gescheitert, weil die Arbeiterbewegung nie zu wirklich einheitlichen Aktionen gegen diesen Faschismus gefunden hat. Brauche ich den meisten hier Geschichte nicht erklären. Es gab dann ja noch bei der Wahl Hitlers den Aufruf durch einen gemeinsamen Streik. Hitlers Machtergreifung zu verhindern. Aber in der Geschichte hat die Sozialdemokratie, und das unterscheidet sie von vielen anderen Sozialdemokratien in Europa, sich nie zu einem Bündnis mit der KPD aufgerafft. Es gab nie eine Aktionseinheit in der Spitze bis in die Basis hinab gegen den Faschismus. Das ist die zweite wichtige Lehre. Also wenn man den Grundfragen sich nicht verständigen kann, auch keinen gemeinsamen Widerstand organisieren kann, scheitert man. Und die dritte große Lehre ist, dieser Widerstand wird nicht umsonst verschwiegen. Dieser Widerstand wird verschwiegen, und das ist meiner Meinung nach die Hauptlehre, weil die alten Ziele des Kapitals Bestand haben. Die Dominanz in Europa, die militärische Aufrüstung und die Domestizierung, sage ich mal, der Arbeiterbewegung. Dagegen stand Ernst Thälmann, und da hat er beispielhaft gezeigt, dass man Widerstand auch in schwersten Zeiten und unter größten Opfern leiden kann. Die große Verdienst von ihm ist ja, dass er bis zum Schluss seiner Sache treu geblieben ist, dass er trotz Folter, er ist ja scharf verhört worden, nannte man das wohl, glaube ich, mit mehreren Zähnen sind ihm ausgeschlagen worden, er ist mit der Peitsche misshandelt worden, dass er trotzdem seiner Sache treu geblieben ist und nicht eingeknickt ist, ist schon ein hoher Verdienst. Vielleicht auch da noch mal so ein bisschen anknüpfend an meine Jugenderinnerung, ich habe ja ganz viel von den Widerstandskämpfern kennengelernt, den Thälmann-Kellmann kannte ich in der Schule überhaupt nicht, der kam nirgends vor, am Unterricht, erst als ich selbst politisch wurde, habe ich dann Leute kennengelernt, die auch Widerstand geleistet haben. Ich weiß zum Beispiel, der Vater von Hanni Nietzsche, von vorne, da fehlt mir gar nicht einer, eine Genossin, den haben wir dann als Jugendliche mit 17 gefragt, wie das so war, wir waren ja so ein bisschen, wollten was Heroisches hören, und er war ein Textilarbeiter, ein weichsamer Mensch, und er sagte dann, nachdem wir ihn x-mal bedrängt haben, sagte er nur, naja, es war so, dass sich erwachsene Männer in die Hose geschissen haben vor Angst, diese Verhöhung. Also, die haben unter großen Opfern Widerstand geleistet. Dann gab es eine Klasse von uns in der Gegend, die hat dann mal den Widerstand ein bisschen aufgearbeitet, und hat am reichen von Dreden, Dreden ist in Münsterland, ein Zentrum der Textilarbeiter, mal nachvollzogen, wie Widerstand denn stattgefunden hat. Da konnte man sehen, dass in drei, vier Wellen immer wieder die KPD aufgebaut worden, und immer wieder zerschlagen worden ist, mit letztendlich in so einem kleinen Ort deutlich über 100 Haftung. Und auch tot. Also der Arbeiterwiderstand ist eigentlich der zentrale Widerstand gewesen, der prinzipielle Widerstand und der Widerstand, der von Anfang an geleistet wurde. Und das müssen wir im Bewusstsein dieses Landes halten. Und es ist ja kein Zufall, dass dieses Gedenken nicht stattfindet. Also an diese Dinge möchte man nicht erinnert werden. Komme ich nochmal zu dem, was für mich das Alleraktuellste ist. Das ist der Kampf gegen die Vorbereitung, ja, gegen die Aufrüstung. In den Wahlkämpfen, wo vor allem Thälmann dann zur Präsidentschaft nochmal kandidiert hat, gab es ja einen Slogan, wer Himmelburg wählt, wählt Hitler, wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Was ja geradezu prophetisch war für einen Wahlkampfslogan. Und wenn wir heute sagen, was ist denn im Geiste Thälmanns, dann denke ich, stellt sich eine ganz zentrale Frage. Und das ist die Frage, können wir gemeinsam was tun, um diesen verhängnisvollen Aufrüstungskurs zu stoppen. Ich glaube, Dienel war es, der hat sehr schön in so einem Flugblatt mal zusammengestellt, wir haben mittlerweile die 15-fache Rüstungskosten, wie zum Beispiel Russland, in der NATO, selbst mittlere NATO-Staaten wie Großbritannien und Frankreich haben Militäraufwendungen, die in den russischen schon gleich kommen. Und in dieser Situation verkauft man der Bevölkerung, wir brauchen eine verschärfte Aufrüstungsrunde. Wir müssen auf 2% des Bruttosozialprodukts kommen, bei 1,35 sind wir, glaube ich, im Augenblick. Wozu braucht man denn noch eine höhere Überlegenheit, um sich zu verteidigen? So kaum. Ich brauche doch keine 15-fache Überlegenheit, um mich zu verteidigen. Brauche ich dann 20-fache zu? Gibt es da überhaupt irgendeinen Stopp? Es kann ja nur zwei Lösungen dieser Sache geben, wenn man da logisch nachdenkt. Die eine Lösung ist, man will seinen Konkurrenten totrüsten. Und die zweite Lösung, die wohl verheerende ist, dass man begrenzbare Kriege wieder verführbar hält. Und dagegen müssen wir uns gemeinsam stellen. Das ist ein zentrales Thema. Es gibt sicher noch andere zentrale Themen, aber das ist das Zentralste. Der Frieden in Europa muss erhalten bleiben. Und wir können nicht die NATO-Truppen vor die Tore Leningrads, Moskaus, das ehemalige Stalingrads schieben. Das ist eine Angriffsstrategie. Und der müssen wir uns entgegenstellen. Und deswegen meine Hoffnung, dass wir das auch wirklich gemeinsam tun. Und ich höre jetzt immer auch die Hoffnung, dass eine Dreier-Koalition die Rechte ablösen könnte auf Dauer, mit der Linken, mit den Grünen, mit der SPD. Nicht, dass ich ganz prinzipiell Bedenken habe, dass sowas möglich ist. Aber was ich eigentlich bedenken habe, ist, das deutsche Kapital wird niemanden an die Regierung lassen, der diesen Grundkonsens der antirussischen, der antichinesischen, der antikommunistischen Politik nicht mitträgt. Und gerade die Grünen haben sich von der ehemaligen pazifistischen Partei, die sie mal in Ansätzen ja auch waren, hin zu den schärfsten Kriegssetzern entwickelt. Wenn man also mit denen in ein Bündnis geht, dann ist das nicht nur Chance, das ist auch eine sehr, sehr große Gefahr. Nun kann ich das gut sagen als jemand, der in der Dikapel ja nie ein Bündnisangebot kriegen wird. Aber ich möchte es auch an die Genossen der Linken nochmal sagen. Es gibt die Grenzen, die sollte man nicht überschreiten, und dann sollte man sich lieber aus der Regierung fernhalten, als dass man die überschreitet. Und auch das, denke ich mir, ist im Thälmannschen Geist. Wir müssen uns gegen diese Kriegspolitik dieser Regierung, der NATO und der Europäischen Union stellen. So, nochmal vielleicht ganz zum Schluss. Warum diese Gedenkveranstaltungen, ich halte das für verdienstvoll, dass wir das machen, auch wenn es ein kleiner Kreis ist, halte ich das für sehr verdienstvoll, dass wir das machen. Wir halten die Erinnerung daran wach, dass in einer Situation, wo es wirklich Mut erfordert hat, dass es auch viele Menschen gab, die auch unter Einsatz ihres Lebens bereit waren, mit dem deutschen Kapital, und das war es, das war die Strategie des deutschen Kapitals im Wesentlichen, auf die faschistische Karte zu setzen, dem entgegengestellt haben. Dass wir dabei unterlegen sind, hat das deutsche Volk am bittersten bezahlt. Und wenn wir heute wieder das Aufkommen von nationalistischen Preisen sehen, dann sollten wir uns diese eine Lehre auch in Erinnerung rufen. Versagen wir, kann der Blutzoll groß sein, den man dafür zahlt. Und nicht nur wir, sondern auch die ganze Bevölkerung, weil diese Politik ist verheerend. Also nochmal zum Schluss, und damit will ich auch dann ein Ende finden. Für mich ist das zentrale Thema gemeinsamer Arbeit, neben vielen anderen Themen, aber da können wir vielleicht bis ins Bürgertum hinein Verbündete gewinnen, weg mit der 2%-Ziel. Und unter linken Parteien raus aus der Nase. Danke. 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 Danke.